herzlich willkommen zu einem neuen video es ist wieder soweit ein ganzer monat ist rum wir starten heute mit dem nächsten monats update erste dritte 10 uhr das heißt ich bringe euch heute mal wieder auf den aktuellen stand was wir so gemacht haben im letzten monat es war wirklich viel was wir im nächsten monat so vorhaben was es so alles an news gibt etc monats update 4 ok ja das heißt wir sind jetzt im monats update 5 herzlich willkommen im märz der februar aber spektakulär ich denke mal wir fangen als allererstes da an was den februar am meisten geprägt hat und das ist natürlich rs4 limo an der stelle muss ich mir erst mal bedanken vielen vielen dank dass ihr diese vielfalt an rs4 limo videos so hingenommen habt ich habe zwischendrin hier und da mal einen kommentar gelesen von wegen langsam wird eintönig habe natürlich umso mehr positive kommentare gesehen von wegen voll geil endlich jeden tag ein video die wette mit jp performance war das beste was hätte passieren können weil nur noch limo 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 für uns war es definitiv auch eine geile wette weil so hatten wir wieder eine motivation und eine deadline für dieses auto wir haben diese deadline eingehalten 10.2 war der motor im auto drin und lief kann man jetzt darüber diskutieren ob die wette war dass das auto an dem tage fahren muss oder nicht ist mir auch am ende ganz egal weil ich habe es am ende wirklich für mich für uns für euch gemacht und ich würde einfach mal sagen wir gucken mal was dieses jahr so mit sich bringt und ob herr kremer und ich nicht doch vielleicht zufälligerweise irgendwann mal ganz überraschender weise nebeneinander bestehen aber ja noch mal ein paar wörter zum zum limo zusammenbauer es war wirklich krass also wir haben uns wirklich wieder die hände wundgeschraubt jeden tag an der stelle auch vielen dank nochmal an tom wirklich jeden zweiten tag zu mir nach hannover gekommen weil es war einfach eine zeit wo wir fast nur metallbau getrieben haben die ganzen rohre bauen ladeluftkühler motorhalter diese motorhalter hauen mich bis heute übrigens um wir haben so viel geflext geschweißt gebaut dass wir so richtig wieder in so ein flow reingekommen sind und es hat wirklich auch einfach es hat auch richtig bock gebracht also weil man sich wirklich so akribisch weiter durchgekämpft hat und es auch immer immer geiler wurde heißt thema mit der achse mit der strebe zum rausnehmen hinterachse und was nicht alles also wirklich geil so dann kam der moment wo das auto anspringen musste ist leider nicht angesprochen sondern es war jetzt im nachgang von der story so krass dass man wirklich ja also ich habe mir selber die gedanken darüber macht ob ich das so bringen kann weil es war so real dass man schon fast wieder denken könnte es wäre fake aber es war tatsächlich wirklich so dieser motor war einfach fest durch dieses plastikteil die plastikkante hat da so ein druck ausgeübt dass der motor wirklich einfach fest war ich habe viel gelernt in der zeit weil ich wieder doch gemerkt habe man muss einfach noch noch freier heraus filmen wir müssen einfach noch mehr das zeigen was wir machen das ist natürlich umso aufwendiger nico und tim werden es bestätigen können in der zeit was an was vom vom schnitt technisch und film technisch ist es natürlich ein größerer aufwand die ganze zeit mit dabei zu sein als einfach gezielt durch eine autosammlung zu laufen einen tag zu filmen und man hat zwei drei videos aber umso also ich kann das vollkommen verstehen dass ihr alle der meinung wart es war so ein bisschen wie als wenn man live dabei war weil auch diese das intervall alle zwei drei tage update und neues video das war geil auf jeden fall ich bin extrem happy mit der technik wir haben aktuell noch ein bisschen das problem mit der ölerei von den turboladern wir sind uns noch nicht ganz sicher ob es von turboladern oder von der trockensumpf kommt das ganze ist allerdings definitiv nur einmal ein beigehen jetzt möchte ich allerdings einmal drum herum alles finito fertig bauen dass wenn der motor dann das nächste mal auf dem tisch steht wir wirklich es final angehen können mit ventil spiel mit nockenwellen einmessen und 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 dass es dann auch prüfen geht aber so in summe wie die max ecu läuft wie das alles so jetzt schon noch nach den wenigen wenigen momenten anspringt und läuft ist schon wirklich geil es ist unfassbar wie dieser motor am gas hängt ich weiß nicht ob es an dem motor oder an den drosselklappen liegt wir haben jetzt aber auf jeden fall so ungefähr das krasse eingebaut was man einbauen können das heißt zwei drosselklappen exorbitant krasse geisterkranke nockenwellen die wirklich ja also als christa ein bisschen leerlauch programmiert hat hat er schon gesagt das wird noch ein spaß weil aktuell sind wir so bei 14 15 aber wenn man nur ganz bisschen gas antippt dreht dieser motor so heftig hoch das wird alles wird richtig gut also ich bin jetzt auf jeden fall umso motivierter das ding zum ende zu bringen und durchzuziehen das heißt abschließend gesagt rs4 limo folgender plan gestern müsstet ihr gesehen haben kabelbaum das heißt wir machen jetzt erstmal die kabelbombe komplett fertig dann kommt das thema carbon kardanwelle antriebswellen hinten ja da muss ich noch mal mich ein bisschen um die ölerei kümmern wir werden definitiv mit dem rücklauf in die ölwanne gehen also der trockensumpf hersteller als auch der turbolader hersteller hat im vorfeld schon ein bisschen gesagt eigentlich macht man das nicht so dass man direkt von der ölwanne die turbolader absaugt ich dachte es ist geil und damit erzeuge ich genau das gegenteil dass ich nie wieder probleme mit ladeölen habe müssen es aber definitiv anders machen sondern wie serienmäßig auch ist turbolader laufen in die ölwanne rein und der die pumpe saugt in summe einfach alles ab so muss ich das noch mal umbauen ja und dann geht es auch schon zu olaf hermann motorenentwicklung motoren prüfstand das ziehen wir definitiv durch und dann geht es da weiter also da jetzt elektrik dann noch mal zwischendurch ein bisschen mechanik und dann thema zahnriemen dass er so unrund läuft gucken wir uns auch mal an musste ich so ein zwei sachen bestellen damit wir euch da ein cooles video machen können das kommt aber auch nächste woche so also da geht es auf einmal weiter zeitgleich ach so erst event aktuell in planung für die leute die sich schon mal vermerken wollen wir wollen mit der limo auf dem race 1000 fahren in berlin das ist im mai weil kommt das große weil normalerweise bin ich ein fan von lausitz ring dekau war da ist am 22 vierten das ttt halfmai beides halbe mal die veranstaltung wir wollen aber lieber im april noch einmal mit marios golf angreifen finde ich einfach extrem geil wie die leute also ihr dieses auto mit der plane bei uns im ladenverkauf seht und nicht darauf kommt dass das marios golf ist also ich habe schon kommentare gelesen was ist das für ein suv unter der plane also klar weil das ding also hoch steht aber ich meine es weiß ja jeder dass das ding da steht deswegen ich finde es einfach amüsant ja auf jeden fall da sind wir auch gerade am kabel bauen noch ein paar kleinigkeiten tank ja genau tank bei limo auch noch so eine sache noch einmal zu subi wegen motor das heißt aktueller plan ist 22 vierte mit marios golf wir können immer nur mit einem event zum auto sonst wird es definitiv haben wir können mit einem auto zum event weil sonst ist das ganze wieder zu viel und es kann kein erfolg werden deswegen 22 vierte marios golf volle power da rein da fahren software machen von lauf zu lauf heizdecken dies das jenes mitte mai race 1000 mit limo fahren so ist der plan das heißt da könnt ihr euch auch darauf freuen dass es ein bisschen golf 2 technik definitiv auch gibt so ich wollte gerade zählen wie viele limo videos haben wir eigentlich geschafft im februar wir haben geschafft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 limo videos das war natürlich hat mir spaß gemacht also muss ich ganz ehrlich sagen eine coole zeit würde ich gerne immer so machen weil man hat halt auch richtig was geschafft dann ja wir waren bei friedrich bei prinzip in berlin auch umgelscool johnny unser neuer kameramann hat gefilmt war top also ich fand es top ich fand es ein cooles video war auch ein cooles gespräch so auf einer coolen ebene weil es einfach wir beide waren beide also ich und friedrich so jeder fährt so seinen film und die beiden filme kreuzen sich dann irgendwo und an diesem kreuz an dieser kreuzung standen stand joni hat gefilmt ne sowas können wir auch häufiger machen ich persönlich hätte sogar gedacht dass es schlechter ankommt weil es halt einfach nicht nichts mit autos zu tun hat deswegen bin ich aber auch umso dankbarer dafür dass ihr das so aufgenommen hat und es auch tatsächlich so geguckt hat das heißt da können wir jetzt in zukunft definitiv auch mehr machen dass wir nicht nur technik bringen sondern auch persönlichkeiten vorstellen die irgendwas mit technik zu tun haben weil ich glaube dass es definitiv eins meiner stärken aus diesen personen im laufe eines gespräches wirklich so ihre ihre leidenschaften rauszukitzeln und einfach euch das gefühl zu geben wenn ihr so ein video guckt dass genau die fragen die ich stelle eigentlich genau das ist was ihr euch in dem moment im kopf fragt und euch überlegt alter hat das jetzt echt gerade gefragt weil genau die frage hatte ich in dem moment die leute können ja noch mal in die kommentare schreiben wenn sie a seine musikanlage zu hause sehen wollen die nochmal ganz anderes level ist als da und b die kaffeemaschine was ja auch gut zu dir passt die auch nicht von dieser welt ist genau also joni sagt gerade zwei punkte friedrich hat natürlich zu hause noch um so eine krassere old school anlage als auch eine kaffeemaschine da wird selbst an die neidisch weil das ding ist schon krass zurecht gemacht da fällt mir doch gerade ein da muss ich immer in die kommentare gucken weil ich hatte ja gesagt 15 dritte ist ist ja auf tournee in hannover im kapitol und dass wir da ich glaube die besten drei kommentare mitnehmen also da muss ich gleich mal gucken wer von euch da gewundert also da tut sich unter dem video noch was ja ja sonst so ein bisschen wir haben auch so eine zahnremen reparatur gemacht wir haben tim unter die arme gegriffen auch extrem geil weil ja flo einfach eine koryphäe wenn es um solche ich sag jetzt mal vorsichtig gesagt reparaturen geht ist ja immer motiviert da war dieser vectra einfach perfekt für also geil so das ding läuft wieder läuft übrigens auch bis heute alles richtig gemacht das war der februar jetzt eine sache die spoiler ich jetzt einmal schon ganz kurz an ich wollte nämlich eigentlich was zum thema halle sagen da ist leider da gibt es eine nachricht die ist nicht ganz so cool ich kann da allerdings noch nicht mehr zu sagen weil ich mich da rechtlich einmal absichern muss da könnt ihr euch aber auch auf ein video freuen die tage ja es hat einen grund warum das alles ein bisschen länger dauert ich sag mal so vorsichtig also da kriegt ihr ein update die tage auf jeden fall jetzt gehen wir mal in das video rein und gucken einfach mal was da eigentlich an kommentaren so stand 511 kommentare das kann ja schon wieder was werden top kommentar mich beeindruckt immer wieder wie akribisch ihre projekte angeht kein anderer channel nimmt von der technikseite somit ja ich würde sagen begeistert mich auch immer wieder es ist so ein bisschen wie so eine krankheit geworden das wäre wirklich einfach ich habe es wieder jetzt gemerkt bei limo wenn ich ehrlich bin eigentlich war es mir am ende egal ob das auto läuft oder nicht läuft ob ich eine wette gewinne oder nicht sondern ich finde diesen weg dieses bauen dieses abends im bett zu liegen in der instagram story zu machen was man gerade gebaut hat und man guckt auf etwas drauf was es so nicht gibt aber es technisch gesehen so geil ist es so hochwertig ist dass man einfach stolz darauf sein kann weil es ist nicht so dass wir hier was sich was machen sondern wir sind einfach nur motiviert engagiert und haben einfach einen plan und verfolgen diesen plan so lange bis halt einfach passt und das machen wir bei allen fahrzeugen und deswegen glaube ich werden die autos auch einfach so gut das war es dann auch schon kleine idee zur limo wie wäre es wenn du zum ersten rollout test auf der limo alle leute einlässt die in den letzten jahren der wiederaufbau geholfen haben extrem geil wird es auch genauso geben ich denke da allerdings eher über so ein so ein talkrunden format wo wir wirklich alle zusammen vor diesem auto sitzen muss ja nicht unbedingt beim rollout sein sondern kann auch sein dass das auto fertig ist und wirklich von null an weißen alexander schwan sei es artium chris der lackierer alle zusammen wir so noch mal diese geschichte von dem auto durchgehen finde ich auf jeden fall auch eine coole bergrennen und rallye events wären definitiv interessant bin ich komplett raus aus dem thema war auch nur deswegen einmal bei einem bergrennen wegen wegen die key müsste ich mich mal darum kümmern problem ist ich weiß in osnabrück gibt es ein ultra krasses bergrennen immer und die bergrennen fallen vom datum her leider immer auf events wo wir eh schon am fahren sind und wir können dann leider nicht ein race 1000 oder ein ttt ausfallen lassen damit wir zum bergcup kommen aber definitiv ich habe gerade für eine arbeit kann ich schon mal spoilern satz slicks eigentlich aus bergrennen gekauft das heißt eine ganz 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 weiche mischung weil jeder der bei einem bergrennen schon mal war hat mitbekommen dass man dort die reifen nicht warm fahren kann sondern man steht am start und knallt direkt den berg hoch und deswegen fahren die extra weiche mischung und das ist das nächste was ich am arbeit mal testen will ist die eine weiche mischung mag sein dass die dann irgendwann zu heiß wird aber lieber komme ich an den punkt dass ein slicks zu heiß wird als dass ich es nicht warm bekomme da sind wir beim thema aber da ist definitiv im märz im februar rein gar nichts passiert da werde ich aber nächste woche wieder mit starten also im märz kommt definitiv wieder ein bisschen arbeit content thema bremse thema reifen samt temperatur bildster berg ist am 18 dritten wieder also damit auf jeden fall ein bisschen was zwei fragen könntet ihr vielleicht für den arbeit mal eine zeitenübersicht machen also was hat welches update an rundenzeit gebracht ich würde da eine visualisierung ganz toll finden an sich cool ist auch gar nicht so aufwendig praktisch kann man sich aber eigentlich die videos durchgucken weil in den videos meine ich habe ich sogar in dem titel oben immer sogar die die zeiten eingeblendet also es steht direkt im titel eine neue rundenzeit drin und das heißt auch in dem moment dass das auto dort schneller wurde und dann kann man eigentlich von step zu step von step zu step die zeiten sehen dabei sich werden auch wieder viele kommentare sein von wegen fahr doch mal mit dem auto fahr doch mal mit dem auto bevor du jetzt weiter verbesser ist ich sehe das so ein bisschen so wenn ich weiß dass das auto nur auf 80 prozent funktioniert dann brauche ich damit nicht fahren 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 sondern erst wenn ich sage es funktioniert 97 prozent dann kann ich 100 prozent mit fahren weil ich einfach die zeit lieber sind wir wieder beim thema schrauben für schrauben nutze und nicht fürs fahren nutze aber ich kann nur einmal im monat fahren und dementsprechend kann ich umso mehr dazwischen schrauben und muss diese zeit nutzen dann stelle ich doch tatsächlich mal eine frage wie viele stunden schläfst du durchschnittlich viele von euch denken definitiv dass ich weniger schlafe ich schlafe eigentlich relativ viel also ich gehe normalerweise zwischen 12 und 1 ins bett und stehe zwischen 7 und 8 auf je nachdem wie fritz so motiviert ist zu schlafen der große unterschied ist nur immer ich bin wirklich eigentlich nie zu hause also ich bin nur zum schlafen zu hause das heißt die zeit die ich dann zu hause benutze ich auch zum schlafen aber so sechs sieben stunden schlafe ich schon auf jeden fall mich würde mal interessieren ob die trockensumpf mehr verlustleistung bringt als die originale macht weiter so gute frage olaf hermann motore entwicklung die frage merken wir uns die werden wir ihm definitiv stellen wenn wir da sind also ich weiß bei einem porsche bringt sie sogar leistung liegt einfach damit daran dass die trockensumpf drei viertel der pumpe ist ja dazu da den motor abzusaugen das heißt man erzeugt in dem motor unten ein unterdruck das heißt die kolben kommen automatisch wieder runter also die werden runtergezogen natürlich in der gegenbewegung ist es für den kolben umso schwerer hoch zu gehen aber diese ich glaube es ist eine kombination aus runterziehen und 0,0 öl in der verbrennung weil jeder motor hat ein bisschen blau bei kolbenringe das öl kommt ein bisschen mit in die verbrennung rein in den brennraum wenn da natürlich von unten die ganze zeit im unterdruck dann gezogen wird kommt natürlich umso weniger in den brennraum rein und das heißt ich glaube die motoren sind mit einer trockensumpf nicht so klopf empfindlich das heißt man kann mehr früh zündung fahren und mehr früh zündung ist immer ein besser wirkungsgrad das heißt in summe glaube ich dass die 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 verlustleistung einer trockensumpf die definitiv höher ist als ohne trockensumpf weil wenn man alleine schon nur die pumpe dreht merkt man ist schon was da für eine kraft hinter ist irgendwie muss ja dieses öl in dem behälter quer durch den ganzen motor transportiert werden ich glaube das gleicht sich am ende aber wieder aus zu einer zu einer mehrleistung frage plantst du für die limo auch eine lösche feuer feuer unterdrückungsanlagen in welcher form auch immer ja plane ich wird es auch ein video zu geben ich finde auch dass sie da definitiv in dieses auto jetzt wo es so eskaliert ist und bei dem auto ist ein bisschen mehr in richtung in richtung track auto geht also track auto nicht für die rennstrecke sondern einfach ein racecar dann gehört da schon eine löschanlage rein zumindest so für den bereich hinten hinter dem motor turbolader krümmer downpipes also da so könnte ich mir schon zwei drei vier düsen vorstellen da habe ich allerdings noch keinen geeigneten partner für gefunden der sich der sache annehmen würde heißt der einfach plan von hat der mir uns ganz genau sagen kann a philipp du brauchst so und so einen großen tank du brauchst hier und da eine düse und so weiter weil wir könnten das ganze theoretisch sogar automatisch auslösen über über unsere über steuergerät also da könnte man zum beispiel denn sogar eine art auch sensor mit einbinden das ist dann automatisch auslöst aber da braucht man profi für der uns das erklärt eine sache die ist leider schade ich hatte angekündigt dass wir den start von dem motor eigentlich in form von einem live streamer twitch machen wollen schande über mein haupt haben wir absolut gar nicht geschafft 0,0 ich konnte noch nicht mal das streaming setup aufbauen weil es dann wirklich der endspurt des zusammenbaus war so saftig dass wirklich jede minute die zwischen zwischen kind frau und firma noch übergeblieben ist wirklich für schrauben und mit zu aber da können wir auf jeden fall da können wir auf jeden fall noch daran arbeiten und da wird auf jeden fall noch was kommen ja also wir müssen auf jeden fall leider also ihr müsst auf jeden fall bitte ein bisschen an euren frauen 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 arbeiten ihr müsst ein bisschen an euren fragen arbeiten weil es sind mir definitiv noch zu wenig fragen da also haut mal unter dieses video bitte wirklich so ein paar richtig saftige dinge rein alles querbeet wirklich wirklich komplett fragen haut einfach raus es ist eine frage ihr habt nichts zu verlieren ich würde gerne darauf eingehen aber ich bin jetzt hier bestimmt schon bei 2300 und so richtig fragen ehrlich gesagt finde ich hier nicht wird es in zukunft hier auf dem kanal im mitgliederbereich noch content geben an der stelle erst mal vielen vielen dank an meine treuen mit kanalmitglieder das sind immer die die hinter dem logo ein buntes m haben je nach der farbe so lange sind sie schon kanalmitglied es ist tatsächlich möglich auch diese user für ihr für ihre mitgliedschaft zu belohnen und habe ich bisher vernachlässigt aber ist ein guter punkt ich werde mir im herzmaus einfallen lassen also wenn ihr unter den kanalmitgliedern seid irgendwann werdet ihr youtube aufklappen und werdet auf einmal sehen okay da ist was für uns weiß noch nicht was vielleicht lade ich euch ein vielleicht dürft ihr an dem event teilnehmen vielleicht aber das wäre krass das müsste ich allerdings planen können könnt ihr aber auch in hannover auf dem messegelände mit ein zwei autos zusammen vielleicht was machen ich lasse mir das einfallen ihr werdet das auf jeden fall in eurem kanalmitgliedsbereich dann sehen aber an der stelle schon mal vielen dank für den support auf jeden fall und denkt dran fragen 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 und dann noch mal eine frage und noch eine frage und noch eine frage pz tuning community ja ich werde beim pz tuning community am start sein weil am nächsten tag nämlich auf dem lausitzring auch noch das grip event ist das heißt ich werde von paule zum grip event fahren und freue mich auf alle simson gestörten deutschlands weil das alter die bilder von diesem community day da muss ich einfach einmal live mit dabei sein das ist ja abartig was haben geht jeder der mal mit ganz viele fragen immer wann können wir mal mit dem aber zusammen auf rennstrecke fahren gibt immer wieder track days pro jahr wo ich euch sage hier da bin ich und da könnt ihr euch jederzeit entweder als zuschauer oder als fahrer mit ein buchen und da ist die allererste chance im mai in oschersleben einer mal mit links strecken weil sie immerhin so den ansatz von von bisschen high speed hat sich jetzt einige darüber tot lachen aber wenn man sonst viel bildster bergfahrt fährt ist es schon mal ganz geil dass man in oschersleben mal so richtig über die körpersruder nageln kann ich würde jetzt mal aus dem bauhaus sagen nagelt mich aber nicht fest fünfte fünfte ist fünfte 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 poly bauer das ist der veranstalter ist ein track day in oschersleben siebte fünfte ist in oschersleben grip das motor event wo natürlich auch am start sind sehr praktisch aber dann kann ich am 5.5 die autos mal hinfahren und tatsächlich da lassen also wer bock hat aber zu sehen auf der strecke die beiden daten im mai kann ich euch schon mal sagen wo jeden fall was geht wie schafft man das eigentlich so viele projekte firmen unter sich zu den frauen kinder gehört jede menge disziplin auf jeden fall dazu und auch jede menge absprache und einfach unnötiges weglassen also unnötiges weglassen heißt in alle richtungen keinen unnötigen stress zwischen frau und mann keine unnötigen stress zwischen kumpels einfach nur machen 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 und jeden tag aufs neue 100 prozent geben dann kann das auch aber klar viel freizeit ist da halt definitiv nicht und zeitmanage heißt wenn man im auto irgendwo hinfährt die zeit nutzen für telefonate e-mails und so weiter und hat wirklich möglichst wenig lehrlauf dazwischen haben für die turbo lade also ich finde die turbo lampe in der fensterbank echt geil ja das war ein geschenk von hg motorsport ich weiß gar nicht ob sie bei hg motorsport kaufen gibt moin finde wird er aber noch eine runde auf der la zee machen haben wir schon etliche male darüber gesprochen wird definitiv kommen letztes jahr wollte ich nicht also was heißt wollte ich nicht das auto war ja erst letztes jahr vorsichtig gesagt im august fertig das heißt wir hatten ja eh nur august september oktober da habe ich einfach gesagt nee das ist noch zu früh das auto kann mehr und dieses mehr können werde ich jetzt märz april mai noch mal raus kitzeln und dann könnt ihr euch definitiv auch la zee freuen natürlich werde ich da keine zeit fahren sondern jump hier die zeit wenn natürlich selber fahren ja traktor pulling wäre ich liebend gerne zu meinem team mein team wo ich die vorstellung gemacht hatte hingefahren in füchthorf ich kann es aber nicht aussprechen ich glaube ich muss noch einen deutschkurs machen füchthorf 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 so jetzt habe ich es das war leider wieder genau an einem datum wo wir schon wieder ein anderes event haben es sind einfach leider zu viele events immer ich glaube es liegt aber daran weil diese ganzen events von ende april bis anfang oktober sind und es bleibt am ende einfach keine keine zeit dazwischen weil es ist kein spaß immer wenn ich wenn ich mit 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 rtl 2 mit grip rücksprache halte für irgendwelche dreh termine für irgendwelche grip folgen ist tatsächlich immer so dass ganz viele das problem haben dass sie unter der woche nicht können bei mir ist immer eher das problem dass ich unter der woche eigentlich immer kann nur die ganzen wochenenden das ganze jahr lang folgt also es ist wirklich von jetzt bis oktober jedes wochenende eigentlich irgendwie wenn und so ist es hier leider auch was hältst du denn davon den motor im pace museum auszustellen mit so einem erklärvideo feiere ich komplett weil für mich es tat wirklich weh diesen motor einzubauen weil es ist ausgebaut einfach ein kunstwerk mit dieser achse auf diesem rollwagen diese ganzen details die man eingebaut nicht sieht eingebaut sieht es aus wie ein gtr motor ausgebaut sieht es einfach aus wie wie keine ahne wie so ein alter formel 1 motor da einfach steht deswegen die idee den motor ausgebaut dahin zu stellen finde ich schon sehr geil jetzt zur sekunde ist da natürlich keine zeit für weil wir wollen natürlich weitermachen das heißt wenn dann könnte man das vielleicht mal führen für den winter vor nehmen vielleicht irgendwie kombination mit einer essen motorshow oder so gucken idee finde ich aber cool ja dann ich hatte ja im letzten video ein bisschen darüber gesprochen wie krass es war dass das die leute wirklich von weit her zu essen motorshow gefahren sind viele kommentare von wo aus die da hingefahren sind südtirol nach essen immer wieder cool dass die leute so motiviert sind für die essen motorshow extrem witzig lese ich auch nicht gerade wieder gab ja riesen diskussionen dass die variante mit meinen starren motorhaltern nicht funktionieren wird was ich alles gelesen habe was alles kaputt gehen wird der ganze block wird brechen und so weiter ich hatte einfach die ganze zeit schon das gefühl dass das richtig ist und umso mehr hat es mich natürlich bestätigt dass wir bei dirk waren und beim tcr golf serie mäßig motor getriebe drehmomentstütze einfach drei millimeter stahl starr auf der karosse drauf ist das heißt bei einem rennwagen will man es sogar so dass der motor da starr genau in dieser position sitzt und einfach am besten einem ganzen auto alles starr ist und einfach nichts irgendwo hin kann dass es einfach genau das macht wie es beim beim zusammenschrauben vorgesehen ist deswegen freue ich mich umso mehr drauf wie das ganze am ende ist natürlich man merkt so schon es wird alles vibrieren es wird alles laut werden aber das ist einfach ein rennenauto wäre es mal wäre es eine idee für den arbeit mal testweise 100 kilo gewicht reinzubauen würde auf den grad natürlich langsamer werden in den kurven dafür umso schneller sicherer schneller und sicherer da lernen wir in diesem monat eine person kennen die sowas ziemlich gut berechnen kann mit dem habe ich da auch schon darüber philosophiert und meistens ist es tatsächlich so dass man mit es gibt manche autos wo man zb mit einem vollen tank oder einem beifahrer auf einmal schneller ist als ohne das liegt dann aber daran dass das auto in dem moment einfach mit dem zusatzgewicht sicherer fährt und durch diese sicherheit hat man mehr vertrauen und trotzig einfach mehr es ist eigentlich nicht machbar dass ein schwereres auto am ende schneller ist weil dieses zusatzgewicht was im auto irgendwo drin ist egal wo es ist muss am ende auch erst mal definitiv um den kurs bewegt werden also die einzige möglichkeit wie so ein zusatzgewicht sinn machen könnte habe ich schon oft drüber nachgedacht ist in amerika die ganzen frontantrieb autos bauen sich wirklich vor die vorderachse eine stahlplatte aber nicht kleine stahlplatte sondern richtige stahlplatte ich habe wirklich bilder gesehen drei vier zentimeter stahlplatten haben die vor der vorderachse dass da thema hebel eine wirkung spielt dass durch die hebelwirkung das zusatzgewicht mehr traktion erzeugt als dass es verluste erzeugt das heißt wenn ich jetzt 100 kilo mit meter auf die achse drücke drücke ich natürlich mehr als 100 kilo auf die achse und somit ich einen traktionsvorteil habe also die verluste des mehrgewichts sind weniger als den vorteil des vorteiltraktion hat natürlich nachteil kaum geht man vom gas bremst leicht macht das ding natürlich sofort ein stoppie weil dann natürlich das hebelgewicht auch hinten in der achse aushebt schwieriges thema wird es richtig geilen konto zu geben könnt ihr euch darauf freuen also ich bin jetzt hier soweit durch mit den fragen das gefällt mir wie gesagt noch nicht ganz so ist einiges dabei aber das können wir besser und jetzt habe ich mir gerade überlegt wir machen dieses mal folgendes ballert alles an fragen rein was euch interessiert und jetzt kommt der entscheidende punkt nehmt euch bitte auch die zeit und geht einmal die kommentare durch keine ahnung in zwei wochen nachdem das video online ist und lasst alle auf den einzelnen fragen mal likes da dass ich wirklich die fragen die am interessantesten sind sofort sehe weil am meisten likes drauf sind das heißt ich kann in dem nächsten video hoffentlich direkt einfach die fragen von oben nach unten durchgehen und sehe ganz genau das sind fragen mit 20 30 40 50 100 likes drauf die sind interessant die musikalen vor ich würde sagen in diesem sinne ich wünsche euch allen einen schönen mittwoch genießt ihr mir herz danke fürs zuschauen ich Untertitelung des ZDF, 2020